Was bitte macht dieser Mann denn da, und vor allem mit wem? Bei angenehmen 25 Grad lässt sich ein Popstar am Strand von Monte Argentario in der Toskana von seinem Freund so richtig schön verwöhnen, inklusive Fußmassage und kleiner Knabberei an den Zehen. Wer's mag. Auf einer Sonnenpritsche wird relaxed, der Mann des Herzens kniet am Fussendel. Er heißt Andrivat, 27, ist Musiker, totet mit seiner Freundin gerade schwer verliebt durch Italien und kann dabei kaum die Finger von ihr lassen. Sie selbst ist noch viel berühmter als er, ist Sängerin und hat schon Hits wie, I will never let you down, gelandet. Im Dezember vergangenen Jahres teilte sie über Instagram mit, dass sie nun in festen Händen ist. Es ist Sängerin Rita Ora, 27, die im Liegesurlaub verwöhnt wird. Läuft bei ihr!